Ein Riesenthema unserer modernen Zeit ist die Zunahme von elektromagnetischen Feldern um uns herum. Denn die wenigsten von uns haben überhaupt keine elektronischen Geräte in ihrem Umfeld und die meisten verwenden Smartphones, tragen diese auch noch in ihren Hosentaschen durchgehend, haben Drucker und Laptops und diverse elektronische Geräte, die alle strahlen. Und auch wir als Menschen sind elektromagnetische Körper. Wir resonieren, wir strahlen und diese anderen Felder beeinflussen unter anderem unsere Stoffwechselprozesse. Und hier in diesem Video möchte ich dir zwei Tipps geben, wie du besser mit diesen elektromagnetischen Feldern umgehen kannst. Nummer eins, du kannst sie reduzieren. Und hier gibt es ein paar Methoden, die ich gerne verwende, besonders die automatisch funktionieren. Und eine einfache Methode ist hier eine Zeitschaltuhr. Und zwar steckst du die in die Steckdose, kannst deinen Router hier einstecken und es dann so programmieren, dass diese Zeitschaltuhr den Router um 10 Uhr abends ausschaltet und dann am nächsten Morgen, wenn du wieder internetfähig sein willst, zum Beispiel um 7 Uhr, diesen dann wieder einschaltet. Das ist eine einfache Möglichkeit. Nummer zwei, ganz einfach, entferne so viele elektronische Geräte aus deinem Schlafzimmer. Denn besonders, wenn wir schlafen, möchten wir diese Wellen nicht um uns herum haben. Und hier wieder der Tipp, lasse dein Handy außerhalb des Schlafzimmers oder wenn du es im Schlafzimmer hast, dann schalte es in den Flugmodus. Nummer zwei, erde dich, bevor du schlafen gehst. Ganz einfach, wenn du abends müde wirst und dich nochmal entladen wirst, merkst du bist vielleicht so ein bisschen angespannt, hast diese positive Ladung in dir, dann zieh die Schuhe aus und geh nochmal vor die Tür. Am besten auf normalem Erdboden oder im Sand oder eine Runde schwimmen gehen in natürlichen Gewässern. Denn das hilft dir dabei, dich zu entladen. Die Theorie dahinter ist, dass du dich über Tags positiv auflädst, dass diese elektromagnetischen Felder das bewirken, dass positive Ionen angehäuft werden. Und diese kannst du abgeben, indem du zum Beispiel auf der leicht negativ geladenen Erde läufst. Das klingt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen esoterisch, aber auf physikalischer Ebene macht das tatsächlich Sinn. Für die fortgeschrittenen Biohacker gibt es auch sogenannte Erdungsmatten. Wenn man allerdings Richtung höherer Qualität schaut, dann können die ganz schön teuer werden. Deswegen mein erster Tipp, erde dich auf natürliche Weise, indem du barfuß in der Natur läufst und dann der nächste Schritt ist, sich mal nach Erdungsmatten umzuschauen. Dazu habe ich auch noch ein paar Tipps für dich. Übrigens noch zwei Anekdoten, warum Strahlung so ein Riesenthema ist. Aus den zwei Interviews, die ich aufgenommen habe, zum einen mit dem Schlafpsychologen Professor Arman Jensen, zum anderen mit dem Baubiologen Christian Blank. Und zwar spricht der Herr Professor davon, dass, wenn der 5G-Standard jetzt kommt, unser Hirn irgendwann nicht mehr unterscheiden kann. Ist das jetzt eine Blaulichtwelle, die meine Netzhaut trifft, oder ist das irgendeine andere Welle? Und dadurch bringen wir unseren kompletten Rhythmus durcheinander und erlangen dadurch weniger Tiefschlafphasen, weniger REM-Schlafphasen und weniger Erholung. Und der Baubiologe Christian Blank spricht davon, wie eine Frau über Jahrzehnte schlecht geschlafen hat, weil unter ihr im Keller eine starke Stromleitung entlang lief, die ein starkes elektromagnetisches Feld direkt über ihrem Bett erzeugt hat. Also, Strahlung ist wichtig und wir sollten dringend daran arbeiten, besonders in einer Welt, in der wir vermehrt elektronische Geräte verwenden, diese zu reduzieren und uns mehr zu erden. Go for Flow!